Hallo und herzlich willkommen bei Sitemaster Küche 2016, dem innovativen Aufmaßsystem zur Küchenplanung der Grebat GmbH aus Berlin. Mit dieser Software haben Sie zum einen die Möglichkeit eine vorhandene Küchenplanung, zum Beispiel aus Karat, mit einfachen Arbeitsschritten zu prüfen oder ein Neuaufmaß zu erstellen. Im folgenden Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ein Handlasermessgerät über eine Bluetooth-Schnittstelle mit Sitemaster Küche verbinden. In diesem Beispiel verwende ich den Handlaser D3ABT der Firma Leica. Nach dem Programmstart von Sitemaster Küche erscheint das Dialogfenster Verbindungseinstellungen, mit dem Sie Ihren Handlaser über eine Bluetooth-Schnittstelle mit dem Programm verbinden. Schalten Sie als nächstes den Handlaser ein. Drücken Sie danach die Bluetooth-Taste, bis ein kurzes akustisches Signal ertönt und auf dem Laserdisplay das Bluetooth-Symbol blinkt. Wählen Sie im Dialogfenster Suchen für Bluetooth und klicken Sie auf Suchen. Der gefundene Disto D3 wird im Auswahlfenster angezeigt. Wählen Sie das Gerät an und klicken Sie Verbinden. Ihr Tablet-PC und Ihr Lasermessgerät werden miteinander verbunden und es ertönt wieder ein kurzes akustisches Signal. Das Bluetooth-Symbol wird dauerhaft auf dem Display des Lasers dargestellt. Im Dialogfenster Verbindungseinstellungen wird Ihnen angezeigt, dass Ihr Tablet-PC jetzt mit dem Disto D3 verbunden ist. Klicken Sie auf der Tastatur des Lasers die Taste Second Mode. Auf dem Display des Lasers sollte jetzt das Bluetooth-Symbol und das Second Mode-Symbol dauerhaft zu sehen sein. Klicken Sie im Dialogfenster Verbindungseinstellungen OK, um die Eingabe abzuschließen. Wie Sie mit den einzelnen Werkzeugen zum Neuaufmaß einer Küche oder zum Prüfen einer vorhandenen Küchenplanung mit Zeitmaster Küche arbeiten, können Sie in unseren weiteren Tutorials erfahren.